Eis.de erklärt Meine Frau sagt immer, wir haben eine ganz besondere Verbindung. Stimmt nicht! Mein Call of Booty-Game fängt immer an zu lecken, wenn sie sich gemütlich ihren 8K-Girl-on-Girl-Fandom-Hardcore-Shit-Fickfilm reindonnert. Naja, ihr wisst ja, Frauen und Pornos heute bei Sex2Go. Seit es Bewegtbild gibt, gibt es auch das bewegende Bild und zwar circa seit 1890. So richtig wurde das Cille Lloyd aber erst feucht, als der erste explizit-Fickfilm 1908 in die Kinos kam. Klingt hübsch, aber ganz klar für unsere schmuddelt Caspar da draußen. Leider war die Welt der Filmsteifen lange nichts, um sich das kleine Korn zu poppen. Doch die Zeit der Frau ist gekommen! Es ist endlich normal geworden, sich im World Wide Web die Maus zu klicken. Warum jetzt ein paar Zahlen? Auswertungen der Seite Y-Wool-Hunter oder so zeigen, dass weltweit über 30% extremer das Kätzchen und nicht die Schlange streicheln. Spitzenreiterinnen sind dabei die Philippinas mit 38%, Amerika macht es sich auch endlich Great Again mit 28% und bei uns schauen sich immerhin ein Viertel Sexferkelin gerne mal eine Folge Breaking Bad an. Also, bist du eine Frau und bufferst dir gerne einen alleine? Dann bist du nicht alleine! Unlogischer Satz! Logische Statistik! Logische Statistik! Logische Statistik! Logische Natizik! Logische Statistik! Logische Statistik! Logische dasnyez-Bused 34%